Now go to work, bitch! Yo Leute und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Und heute habe ich mal das Mrs.DNA Lichtpack am Start. Und am Anfang seht ihr schon mal, die Bronze ist wie ein Wirbel. Und das ist bei allen In-Gods so, also auch bei den Eisen-In-Gods und so. Und ja, falls ihr euch fragt, ich spiele auf dem meinsucht.net Server. Die IP ist meinsucht.net. Und ja, das Fadenkreuz hat, ich glaube, Mrs.DNA selber gemacht, weil das kenne ich jetzt aus keinem Pack. Es ist so, ja, Fadenkreuz gefällt mir eigentlich. Und schaut euch mal die Blöcke an. Innen dran ist so wie eine Sonne, so gelb. Und nachher wird es immer so orangelicher. Und da ist es mega dunkel. Und hier hat es noch so einen Farbverlauf. Hier ist es grün, hier gelb und hier so von gelb zu rot einen Farbverlauf eingebaut. Hier so pink und hier noch so von violett zu blau auch noch einen Farbverlauf. Also wirklich nice. Und hier seht ihr auch, die Eisen-In-Gods sind auch die gleiche Form wie die Bronze. Das seht ihr jetzt. Und die Spitzhacke von der Form her gefällt sie mir eigentlich sehr. So in der Mitte hat sie so wie einen Emerald. Und ja, das gefällt mir sehr. Aber ähm, der Stick muss ich sagen, ist jetzt nichts Spezielles. Also er ist auch sehr schön, aber ist jetzt nichts Spezielles. Ah ja, ich hoffe wir bekommen den jetzt. Ja, ich glaube die ist jetzt AFK. Und hier hört ihr auch, sorry man hat mich vielleicht nicht gehört, aber hier hört ihr auch den Beta-Bau-Sound. Ich finde den jetzt von allen Beta-Bau-Sounds eigentlich der niceste. Und ja, dann sehen wir uns noch in der zweiten Runde. Bis später. So Leute, jetzt sind wir auch schon in der zweiten Runde. Und Case 142, der ist jetzt auch neben mir. Moin. Ja, ähm, der hat heute, ähm, bringt er sein erstes Video raus. Er nimmt eben bei mir auf und ich schneide dann das Video für ihn. Und ähm, ja, bitte checkt ihn mal ab. Er ist in der Videobeschreibung ganz oben. Und ja, dann hoffe ich, gewinnen wir die Runde noch. Weil jetzt muss ich echt so viel von dem Pack noch vorstellen. Der heisst, ich bin ein Brot. Eins, zwei, drei. Okay. Da ist der Name schon mal. Die Glüsschen gehen raus und ich. Ach man, da bin ich runtergefallen. Der Shop ist noch so ungewöhnt, weil, ähm, die, die mich, ähm, jetzt abonniert haben, schon, die wissen, dass ich, ähm, die meiste Zeit auf Neroxways spiele und zum Teil auch auf Gomme. Und das ist jetzt eine von meinen ersten Runden hier auf Neroxways. Also nicht die erste Runde, aber eine von den ersten. Oh mein Gott, der hat mich fast gehittet. Was? Oh, was soll ich jetzt machen? Und so. Oh, der hat Kopeb. Scheisse. Ich hoffe, der bekommt uns jetzt nicht. Der ist richtig gut equipped. Mann, er steckt sich jetzt so alt. Oh mein Gott, nice. Schaffen wir ihn? Oh mein Gott, der hat noch ein Kopeb hingesetzt. Scheisse. Ich kitte ihn jetzt einfach mal so. Und haben wir ihn? Ja, nice. Sein Bett. My life be like. Nice. Ich will ja den Bett noch auf sein. Feierabend. My life be like. Wir haben gewonnen. Nice Runden waren das. Und ja Leute, bis zum nächsten Mal. Tschau. Und vergesst nicht Case 1 für 2 zu abonnieren. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Elliott